Kopfhörer. Kopfhörer sind ein Thema des Lebens. Ich weiß nicht, wie viele Kopfhörer ich mir in meinem Leben schon gekauft habe. Entweder sie gehen verloren oder sie gehen kaputt oder sie haben nicht den richtigen Klang und so weiter und so fort. In diesem Video geht es um die Kopfhörer der Firma Ludus und ich möchte zwei dieser Kopfhörer gerne an euch verlosen. Wenn euch das also interessiert, bleibt unbedingt dran, denn direkt nach dem Intro geht es bereits los. Bis gleich. Hallo und willkommen zu einem neuen Produkttest auf Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. Kurz gesagt, TTKW. Mein Name ist Sus Winsens und ich möchte gerne in diesem Video die Kopfhörer der Firma Ludus vorstellen. Diese Kopfhörer gibt es in, ich glaube, 10 bis 12 verschiedenen Farben. Ihr könnt diese auch hier hinten an der Videoland mal sehen. Ich habe euch die Kopfhörer unten in der Videobeschreibung auch mal verlinkt. Da könnt ihr mal reinschauen, um euch nähere technische Daten zu holen. Ansonsten möchte ich aufgrund meiner 15.000 Abonnenten nun zwei dieser Kopfhörer verlosen. Was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr am Ende des Videos. Aber kommen wir erstmal zu den Kopfhörern. Diese sind schon mal edel verpackt in einer Metallblechdose, was ich ganz ansprechend finde. Ihr wisst ja wahrscheinlich, Männer lieben Dosen und Verpackungen und solche Sachen. Für Frauen ist das nicht so wichtig. Ansonsten ist auch ein kleines Säckchen enthalten, in dem ihr die Kopfhörer transportieren könnt. Es sind erweiterbare Ohrstecker dabei, insgesamt 2, 4, 6 Stück, falls euch die integrierten Ohrstecker auf den Kopfhörern zu klein oder zu groß sind. Diese sind allerdings aus Silikon, muss ich euch sagen. Und diese sind aus diesem Schaumstoff, welche auch zum Ohrschutz, also wenn man jetzt zum Beispiel laute Geräte benutzt, verwendet werden. Also wenn ihr die euch in die Ohren steckt, merkt ihr auch, dass außenrum alles abgedämpft wird und ihr euch komplett nur noch auf eure Musik konzentrieren könnt. Die Kopfhörer haben hier ein kleines L und ein kleines R, sodass ihr auch wisst, welcher Kopfhörer oder welche Seite in welches Ohr gehört. Das Kabel ist verstärkt, also es ist nicht so, dass dieses so leicht kaputt geht. Es ist ein verstärktes Kabel in der Farbe Gelb wie die Kopfhörer. Jeder Kopfhörer hat ja eine andere Farbe. Hier seht ihr, das Kabel ist immer passend zu den Kopfhörern. Insgesamt ist das Kabel 1,2 Meter lang. Das ist meiner Ansicht nach völlig ausreichend. Ihr habt hier ein kleines Bedienelement mit einer Taste, wo ihr die Musik zum Beispiel starten könnt oder auch eure Anrufe entgegennehmen könnt bzw. beenden könnt. Für die Lautstärke habt ihr einen kleinen Schieberegler, was ich auch mal wieder ganz praktisch finde. Denn somit ist eure Lautstärke wirklich stufenlos verstellbar. Findet man heutzutage auch nur noch selten, muss ich sagen. Für den Anschluss benötigt ihr einen Klinkeanschluss. Viele Händis haben dies nicht mehr, aber meistens liegt ja ein Adapter bei, welchen ihr unten in den USB Type-C Port einstecken könnt. Wenn ihr das nicht haben solltet, diese gibt es bei Amazon. Ich glaube, drei Adapter für 3 Euro oder 4 Euro. Kann ich euch gerne mal unten mit verlinken. Das ist erstmal das Wichtigste zu den Kopfhörern. Gut, nee, das Wichtigste ist, ich kann euch sagen, diese haben wirklich einen tollen Sound. Der Bass ist super, die Höhen sind toll. Ja, von der Qualität absolut klasse. Man merkt, hier wurde wirklich viel Wert in die Qualität, in die Klangqualität gelegt. Und daher kann ich euch diese Kopfhörer wirklich nur empfehlen. Kommen wir zur Verlosung. Ich möchte zwei dieser Kopfhörer an euch verlosen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist den Kanal abonnieren, wenn ihr das nicht getan habt. Ein Like dalassen und in den Kommentaren unten das Wort Ludus schreiben. Ansonsten teilt das Video gerne mit euren Freunden, damit diese auch eine Chance haben, die Kopfhörer zu gewinnen. Oder ihr wisst vielleicht jemand, dass vielleicht Oma oder Mama gerne ein paar Kopfhörer hätte. Dann schickt denen doch gerne das Video zu. Wie immer solltet ihr auch eine deutsche Anschriftsadresse haben und der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Alle Informationen zur Verlosung findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch allen viel Glück. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao und bis bald. Euer Zusch Vincenz. Und nun legt euch wieder hin. Aber vergesst nicht, das Video zu teilen. Ciao. ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020